Moin Moin liebe Leute! Ja, seid gegrüßt zu einer neuen Folge Let's Play LSH19 am heutigen Samstag, die erste Folge 12 Uhr. Doch natürlich Samstag gibt's Nachmittag, wer Bock hat, um 15 Uhr noch eine weitere Folge. Und zwar hier, in den letzten Atemzügen auf der Felspromep. Weil es kommt noch bloß was dazwischen, aber eigentlich nicht. Die Farmlands auf der Nordrheinischen Marsch werden gerade schön verteilt. Diese kaufbaren Ländereien, da die Aufteilung, das läuft. Dürfte eigentlich, wenn ihr die Folge jetzt seht, eigentlich fertig sein. Aber ich sag immer nur eigentlich, man weiß ja nie was inzwischen kommt. Also von daher so der aktuelle Plan. Und ja, dann sind es eigentlich nur noch ein paar Kleinigkeiten, die von der Version 1 dann noch fehlen. Also es ist schon definitiv Fakt, es wird dieses Jahr eine Marsch geben. Das Jahr ist ja auch gar nicht mehr so lang. Von der Aussage. Nach zwei Wochen noch. Dann war es doch schon wieder. Gut. Im Jahr 2018. So. Vielen Dank. Wieder 11.456. Einmal holen wir uns das noch. Dann glaube ich sind wir langsam am Ende. Dann müssen wir den Sammler hier wieder zurückgeben. Oh, muss ich selber wieder runterklappen. Dann muss auch mal gewartet werden. Tank ist halb voll. Den Tank wäre es in Nordfriesland so ungefähr auf der Felsbrunn nicht. Dann wollen wir mal gucken, wie viele Beine wir noch finden. Dann können wir noch mal 8 werden. Also 3 sehe ich hier schon mal. 4. Die Bäume könnten wir natürlich auch noch verkaufen, aber nein. viel. Lieber nicht. Dann noch einer. So 5. Das ist schon laut, glaube ich, gewesen. Vielleicht muss er wieder ein Stück weiter weg. Dann hört er mich auch ein bisschen besser. Oh, da hätten wir doch noch mehr als gedacht. Da bleibt aber einer über nachher wohl. Aber ein Ballen? Naja. Dann hätte es knapp 1500. So ein bisschen in die Ferne gucken, ob wir noch irgendwas sehen. Also einen haben wir ja auf jeden Fall verloren. Ja, gerade zu Beginn, aber ich bin da so, ja, also not amused nach dem Motto jetzt zu überlegen für 1500 nochmal wieder komplett zwischenzufahren. Ja, Ballen sind hier aber leider nicht. Vielleicht hätten wir noch ein bisschen kratzen sollen. Dann hätten wir noch einen mehr gekriegt. Ja, 1500. Das ist auch nicht wenig. Ich kann den Ballen auch auf dem Hof legen. Das müssen wir behalten. Da brauchen wir immer ein Silagebein. Da haben wir ja eigentlich nur mal Tiere. Weil hier haben wir das nicht mehr. Im Felsbrunnen werden wir definitiv keine Tiere mehr kriegen. Besonders nicht. Nochmal 11.000. damit haben wir schon wieder 115.000 also es ist eine aufnahmesession muss doch auf jeden fall wieder lohnt zu speichern da wir vorhin ja auch immer oder vorhin sage ich schon am anfang dieses let's place aber mit niemals stroh durch die gegend gefahren sind glaube ich sollten wir jetzt den letzten bein noch zusammen kratzen aufsammeln und den auch noch weg fahren danach kann wir das gerät hier wieder abgeben das mietgerät und uns freuen dass es so viel geld gebracht hat zeit mache ich noch mal schneller mal 15 damit unsere felder vom status her ein bisschen hier reife gewinnen erste bahn ist ja gleich erntereif hier aber der rest vom feld fehlt noch was dauert auch noch ein bisschen das wird wahrscheinlich erst den nächsten tagen erd bereit werden aber ich das noch mal hell ich glaube es gibt bestimmt eine neue mission gleich kann ich noch vorstellen und gras ist ein gras feld hier vorne ist auch nun also jetzt wo wir wissen dass es so lukativ ist das war leider der letzte jetzt nicht mehr zu holen dann eben das muss ja geben an mission das bleibt uns ja doch nur holz über wo war die zeit zu überbrücken aber nicht unbedingt da haben wir mit diesen ganzen deko bäumen hier an der seite ja auch nicht so die gute erfahrung gemacht diese dicken räume mit ordentlichem denken das hat gut geld gebracht aber die ganzen birken oder was das da ist in diesem stückwerk wo dann auch zwischendurch ein paar schöne stämme bei waren und wenn wir da erst mal die geräte die jetzt überall wild rumstehen mal ein bisschen aufräumen der zu beiden wird jetzt verkauft 1432 und einer nicht schlecht und es sind 300 kroner 100 pro 1000 zerquetscht wir sind ganz ganz viele felder erntereifel wundert eigentlich dass wir keine missionsgeschichten aktuell angeboten bekommen wir hätten ja ein drescher jetzt frei sogar selber dreschen wir könnten uns die helfe kosten sparen aber teilweise rechnet sich das ja fast gar nicht mit dem verschleiß und wir fahren auf wie groß das feld ist und wie teuer die kosten sind also wir gehen erstmal in die garage das gehen wir mal direkt wieder ab mietete und tschüss haben wir alle beiden verkauft aber im kontostand 117.000 fuhren wir auf die ist gerade schon wieder gewachsen aber noch nicht so weit dass wir schon wieder mähen könnten macht auch jetzt keinen sinn mehr weil im zweifachen schnitt glaube ich kriegen wir nicht mehr hin wenn man den nicht vorhin alles repariert und schon gut angeht den fern haben wir repariert wir haben nichts wir haben nichts das wäre auch nicht schlecht so haben wir wieder alles beisammen so viel haben wir ja noch nicht von daher ging das relativ schnell alles wieder zusammen zu kräpfen ja jetzt muss eigentlich echt mal gucken mission nichts neues doch hier fällt 31 dürfen wir ernten da sind kartoffeln drauf so eine sache wir nehmen mietobjekte das wird eine ziemlich lange geschichte sein 31 und bringen es zu getreidemühle 31 ist das und getreidemühle ist hier geht noch groß ist der anhänger den er uns damit gibt bei den mietfahrzeugen aber ich habe mir sagen dass man kann auch seine eigenen geräte nehmen das ist halt eine mission bis unsere dinger fernreif werden das könnte sich lohnen bleibt ein bisschen was für uns über da und betonen sophie dresdner auf jeden fall was gut ist da ist noch eine dünge mission feld 19 und nur eine zur zeit nehmen die wird länger dauern wie oder für daniel eine gute frage genau 19 19 dünge ja überhaupt ach das ist das ja 19 dünge ist ja direkt hier düngen wir doch das erste danach haben wir die ernte die tieren da steht ja alles perfekt gerade das ergibt ja gar nicht und ich finde düngermissionen scheinen um finanziellen bei dieser größe das beste zu das hat er denn hier angepflanzt hat er denn hier angepflanzt das ist nachfall so viel ist das nicht das relativ schnell verdientes geld und danach glaube ich werden wir uns diese kartoffel mission mal schnappen können wir eigentlich schon mal überlegen die schon vorzubereiten ich weiß nicht lass uns mal kurz gucken wie viel kapazität der andere anhänger hat den wir da in der mission mitbekommen da der hier mit 31.000 kapazität und seit aber 45.000 kapazität also würde es sinn machen da das mit unserem eigenen anhänger abzufahren unser jb ist ja auch schneller fahren wir schon mal zu dem feld hin ich glaube wenn wir angekommen sind ist der düngerstreuer schon fast fertig das fällt hier vorne ist aber auch ganz schön hügelig der rüben genau nicht kartoffeln sondern zu der rüben sind das die rüben sind also hügelig mal guck ich bin fertig ein bisschen besser angesetzt glaube ich wäre es sogar bei einem rutsch durchgegangen so muss er vielleicht noch mal ein stück zurück fahren 33 so viel möchte auch gedüngt werden ja so viel 33 1,2 hektar 33 ist mir fällt sein das ist da ganz unten bei der bahnhof ist zwar selber dünn das machen wir nicht also so schnell haben wir zweieinhalb tausend verdient der mission und jetzt nehmen wir mietobjekte sogar rüben den angriff nehmen das machen wir aber erst in der zweiten folge leute denn jetzt schauen wir nichts mehr was haben wir die dicht unser zeug zu wächst noch vor sich hin dass wir keine rohre die kartoffel missionen jetzt sogar rüben mission machen da werden wir die ganze zeit mit abfahren beschäftigt sein damit unser roh oder da die ganze zeit schön am ernten ist müssen wir da halt echt daher sein aber man muss ja auch sagen aktuell ist auf unseren feldern nicht viel los warten einfach noch ein bisschen so dann gucken wir uns in der zweiten folge an bis dahin vielen dank wenn es euch gefallen hat einen like da lassen und dann kommentar wenn ihr bock habt und bis später und tschüss